Eigentlich die Tama-Wurzel, den Feuerfahren. Ah, okay. So, da würde es dann weitergehen. Wir sind auch schon fast am Meer. Da würde es aber auch weitergehen. Ich meine, da wäre auch noch was. Da würde es nochmal weitergehen. Und hier haben wir eine Ruine. Und ich würde mir die Ruine zuerst gerne ansehen. Der Feuerfahren hier hat nichts. Aber der Tama-Strauch hier... Oh, das ist auch nochmal Feuerfahren. Und der hier hat auch noch was. Aha. Da haben wir den Übeltäter. Ein Klippenläufer. Mist. Mit der gewaltigen Hiebel. Und der Magietrank ist auch aus. Der Federtrank, meine ich. Ein Quammer-Kundschafter. Mit etwas Quammer-Sekret und dem Pfeil gibt er uns auch zurück. Das ist so schön. Okay, nur kurz umsehen. Da oben wäre noch ein Klippenläufer, der uns jetzt gesehen hat. Und da wäre gleich noch der Zweite. Das kriege ich ihn nicht. Ah, jetzt. Oh, die Gegenstände sind zu viel. Das Amulette gewaltigen Hiebel. So. Gehen wir da rein. Beturant. Nimmerische Stahl- und Eisentür. Speichern. Bin ja mal gespannt, wie groß die ist und was wir da alles finden. Ah, so wie es sich anhört, werden hier wieder die ganzen Spinnen sein. Mit einem Schuss bin ich schon so stark. Oh Gott, das ist ja so unglaublich lange her, dass wir mal in einer Dwemer-Ruine waren. Problem ist, wenn wir jetzt auch nur einmal Rohes eben jetzt oder sowas kriegen, dann hilft uns, dann müssen wir wirklich zurück. Also da hilft dann leider nichts mehr. Zenturiospinne. Zenturiospinne. Das ist ein Gaslig irgendwo. Das ist nichts. Auch hier ist nichts. Also besonders groß scheint das bis jetzt nicht zu sein. Äh, warte mal. Stockscrib. Ich kann die solche nicht beseitigen. Und? Nicht beseitigen. Lol. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Oh, ich finde es lustig. Metallstücke. Okay, das könnte jetzt... Nein, es geht noch. Es geht noch. Noch ein Stockscrib. Hey, der lebt sogar noch. Ist das auch ein Stockscrib? Pestkranker Skrib. Ah, zwei Gegner. So, Kampfbeendet und... Nee, egal. Okay, wenn dich der jetzt nicht tötet, kriege ich deine Seele. Oh. Äh, da ist der Tank wieder aus. Gehen wir jetzt mal da rechts. Oh, da ist noch ein Skrib. Was? So. Stockscrib. Da ist sonst nichts. Da ist ein Toter. Dreimal Skrib muss. Ja, geil. Okay, ich glaube, mehr hilft hier gar nicht. Äh, nehmen wir eine Fackel. Weil sie... Oh doch, da geht es noch weiter. Nein, hier geht es doch nicht weiter. Verziertete wemerische Schüssel. Mhm, sehr interessant. Schwere wemerische Truhe. Oh, zehnte wemerische Münzen. Juhu. Unsere Sammlung hat sich hier vergrößert. Dann haben wir hier noch ein Stahlfass, wo nichts drin ist. Hier. Oh, Diamant und Rubin. Betuanschlüsse. Leiche eines Abenteurers. Der hat einen Draken. Stunde des Meisters. Dietrich des Gesellen. Leichte Rüstung. Mittlere Rüstung. Knochen-Turmschild. Knochen-Schulter-Platte. Schwere Rüstung auch. Stahl-Funkensense. Ah, egal. Die kann liegen bleiben. Der hat wahrscheinlich die ganzen Skripts getötet oder so. Keine Ahnung. Und dann haben die halt da gegraben oder so. Keine Ahnung. Oh, Mist. Ha! Der Hohen-Federring ist wieder naja, ein bisschen zumindest aufgeladen. So, jetzt geht's nur noch hier weiter. Falle und Falle Schloss 10. So, eine Dessere links. Und das Schloss werden wir natürlich auch öffnen. So. Naja. Mist, geht nicht mehr. Geht auch nicht. Das ist blöd. Dann müssen wir jetzt die Ork-Stärke benutzen. Schleichen auf 73 Punkte. Okay. Das hat gereicht. Du bist sowas von tot. Ah, wieder Metallstücke. Ich glaube, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Äh, okay. Äh, wir haben den Magie-Tank. Der hilft noch. Und. Das Attribut wieder herstellen. Ork-Stärke wirkt auch. Aber nur mit 8 Punkten. Das ist fast am Minimum. Okay, das hätte ich mir eigentlich sparen können, bis ich das hier geöffnet habe. Aber egal. Das Schloss 8 sollte auch sofort geöffnet sein. Zwerge Streitdachs. Okay. Hier ist nichts Wertvolles. Hier auch nicht. Schloss 15. Erstmal weiter umsehen. Eine dverische Münze, die da in der Luft fliegt. Leute, wir nehmen sie natürlich mit. So, Schloss. Ach komm. Der Tank hält nicht mehr lange her. Oder sonst was. 25 die Wimerische Münzen. Juhu. So, fertig. Mal sehen, ob wir noch in die Arne gerufen oder Höhle oder was das ist, gehen können. Ist. Ich glaube, der Tank hat nachgelassen. Japp. Der Tank hat nachgelassen. Äh. Hier, 8 Stück. 7 Stück. Also jetzt nur noch 7 Stück haben wir. Eine Ratte. Ist da plötzlich eine Ratte. Okay. So, da würde es dann weitergehen und da hinten aber auch. So, jetzt ist die Orkstärke aus, oder? Ich glaube, jetzt ist die Orkstärke aus. Wir können sie auch nicht mehr wirken. Jetzt sind wir am Arsch. Okay, hilft nichts. Wir müssen nach Hause. Halt zurück. Er ist da. Schade, schade, schade. So, vielleicht geht es der Donenfederring noch einmal. Nein. Aber das Amulett der gewaltigen Hiebe geht noch einmal. Grüße an meinen Freund. Grüße zurück. Ja, aber wir sind weit gekommen. Weit sind wir gekommen. Wir haben sogar noch im überlasteten Zustand eine Dwemer Ruine erkundet. War zwar nicht keine große, aber egal. So, und nachher geht es dann weiter. Vielleicht sollten wir wirklich mal irgendwo hinziehen, wo es ein Tempel gibt. Oder ein Schlickschreiter oder ein Magigild oder sowas. Dass wir so unten mal hin können und dann können wir markieren und immer wieder neu benutzen. Naja. Wobei wir haben ja diese eine, bei den Redoran haben wir ja die eine Festung. Ja gut, dann haben wir immer Kieren bei der Festung. Ist auch nicht wirklich viel besser. So, jetzt müssten wir uns dann eigentlich gleich wieder normal bewegen können. Ja. Keine 350 Kilo mehr. Boah, so wenig. Ja, okay. Vielleicht habe ich gerade noch Feder aktiv. Dann müssten wir unter 300 Kilo kommen. Aber ob ich das jetzt noch schaffe? Rhythmus kommt nicht auf das Ding da drauf. So plus auch nicht. Hammerwurzeln. 51 Stück. Und dann nur so wenig an Kilogramm. So, 310 Kilo. Seelensterne können wir ablegen. Habe ich da gerade jemanden gesehen? Nein. War anscheinend nur der Sack. Erleuchteter Schläfer. Ähm, Flammenartor nach. Stürmartor nach. Pestkranker Klippenläufer. 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 Da ist nichts drin. Die Münzen haben wir hier. 36 Münzen. 302 Kilo bewegen immer noch zu viel. Ein paar Dietrich. Und so haben wir. Äh, haben wir die Sonne des Meisters? Ja. Dann die Sonne des Gesellen. Dann, was haben wir noch? Dietrich des Gesellen. Okay, dann das Buch und den Schlüssel noch. Erstmal den Schlüssel. Betu an Schlüssel. So. Und dann das Buch. Mögest du auf warmem Sand wandeln. So, jetzt haben wir hier nichts. Ja, gut. Moment mal. Ein Leuchtmittel bräuchten wir noch. Das sind drei. Hier, der hier. Das nehmen wir mit. Ähm, Magie. Ich habe das Amulett des Totenschwörs gerade nicht angelegt. So wie es aussieht. Kleidung. Waffen. Ah, der lederische Staat. Der muss natürlich weg. Jetzt weiß ich nicht. Habe ich den schon oder habe ich den noch nicht? Ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, dann kommt der doch da hin. Oder ist der das? Nein, das auch nicht. Dann haben wir jetzt den Stab. Die G-Team-Pfeile müssen auch weg. Wo ist der denn? Da. Na, die passen da leider nicht rein. So. Und... Eisenpfeile. Möchte ich wieder meine 100 haben. Also müssen jetzt 139 weg. Zack. Wir wiegen 279 Kilo. Wirkt der Trank noch? Ja, der Trank wirkt noch. Okay. So. Sechs Mann haben wir noch. Das reicht für Schwimmreite. Ein Punkt noch. Ah, okay. Veränderung 60. Schade. Wo? Lass das schon. Langbar fäten wir fast. Wiederherstörung auch fast. Naja. Naja. Aber ich glaube, wir kriegen heute noch die nächste Stufe. 337 Kilo wiegen wir standardmäßig. Wieso so viel? Wegen den Leuchtmitteln? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir reisen jetzt zurück. Äh. Ähm. Sibi. Intervention. Da. So. Auf nach Balmoha. So. Um uns Zeit zu ersparen, werde ich mich wieder mit dem Magegilde teleportieren. Und dann mit dem Schlickschreiter in Altru nach Margan reisen. Wo sind's denn? Da. Schwimmen heute. Ich glaube, das ist auch in eurem Sinne, oder? Dauert's nicht ganz so lang? Ja gut. Okay. Es würde länger dauern, wenn ich einfach standardmäßig reisen würde. Das stimmt schon. Willkommen. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Ich will ja auch nebenbei ein bisschen, ähm, skillen. Und, ich glaube auch, wir werden jetzt dann die nächste Stufe erreichen. So. Jetzt erstmal aber. Auslager wiederherstellen. Halt eure Gedanken mit mir. Ich finde eure Gesellschaft erfrischend. War eigentlich blöd, oder? Ach ne, war nicht blöd. Ich zahle ja so weniger dann. Ha. So, jetzt die Frage. Erreiche ich jetzt da noch eine neue Stufe, bevor ich beim Schlickschreiter benutze? Seid willkommen. Worüber sollen wir sprechen? So, wie viel Würde? Veränderungen? Neun von... Ja, das geht noch weg. Ich fahre dann erst mit dem Schlittschreiter nach Margan und dann raste ich. Viel gehen noch. Oh, perfekt. So, Reise nach Margan. Vier Draken. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Da werde ich jetzt erst noch ein bisschen Schwimmhäute skillen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich werde alle zehn Zauber mal nachsehen. Also, das war jetzt der dritte. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Ich möchte ja nicht auszusehen skillen. So, das waren jetzt, ich glaube, 21 Punkte. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. So, jetzt müssen wir bei etwa 61 Punkten sein. 63 sind wir. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, dann ist das bei irgendwas mit 80. 84 oder so. 87. Okay. Dann mache ich jetzt... 13 hätten wir noch. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, ne. Jetzt war der fünfte echt zu viel. Nach fünf wollte ich nachsehen. Und der fünfte war aber zu viel. Mist. Ach, naja. Habe ich mich um einen berechnet. Aber dann können wir den Rest wenigstens auch machen. Naja. Scheiße halt. Aber kann man nichts mehr machen. Egal. So, jetzt geht nichts mehr. Ich bin hier in der Stadt. Deswegen kann ich... ...hier nicht rasten. Hier bin ich auch noch. Boah, ich muss ja aus der Stadt raus. Na toll. Na, die sind Feinde. Na, toll. Da drin ist doch ein, äh, äh, Bett, oder? Gehen wir da rein zum Rasten. Ne, Moment mal. Da hinten waren ja auch Betten, oder? Ach, keine Ahnung. Da ein Bett. Werkt keiner. So, natürlich. Stufe 42. Einmal Punkt Glück. Beinfluss in geringem Maße. Alles, was es tut. 81 Punkte. Dann, am wenigsten haben wir bei Konstitution, Schnelligkeit und Stärke. Alles drei bringt uns zwei Punkte. Da möchte ich jetzt endlich mal wieder Stärke skillen. Zwei Punkte Stärke. Beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viel ihr tragen könnt, eure maximale Ausdauer und wie viel Schaden ihr im Nahkampf anrichtet. 72 Punkte. Endlich mal wieder ein bisschen Stärke. So, und am meisten kriegen wir bei Willenskraft oder Geschicklichkeit. Und da würde ich gerne Willenskraft skillen. Beeinflusst eure Widerstandskraft gegenüber Miggi und eure maximale Ausdauer. 80 Punkte. Jetzt haben wir schon drei über 80. Und die anderen sind noch bei 70, 71, 72. Okay. Naja. Okay. Veränderung hat Willenskraft. Also wäre dann eigentlich auch auf zwei gewesen. Das heißt, wir hätten eigentlich Geschicklichkeit skillen müssen. Wenn wir das jetzt nicht aus Versehen die Veränderung geskillt hätten. Naja. Speichern. Wir haben endlich mal wieder 10 Punkte mehr, die wir tragen können. Also 360 müssten wir jetzt tragen können. Ja. Sehr schön.